Ich bin 32 Jahre alt, das kann ich gerne sagen. Mutter sein an sich ist ein Vollzeitjob. Das war im Güterinstitut in Damaskus und ich habe einen A1-Kurs gemacht. Es gibt keinen momentan, der sowas macht und gerade jetzt für arabisch sprechende Menschen. Ich habe direkt an die Verleben-Apotheke meine Bewerbung geschickt und da habe ich meine Vorstellung im Gespräch gemacht und war optimal. Sieben Monate habe ich Praktikum gemacht und dann ein Kind, okay? Ich habe geplant, wenn er so ein Jahr ist, dann lerne ich Schritt für Schritt. Weil man sieht, man sieht dir das an, dass du gerne arbeiten willst. Ich war schwanger mit fünf Monaten und ich habe die Prüfung bestanden. Ich bin eine ruhige Person, ich musste nicht alles schnell und zack, zack, zack machen. Lieber Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Ich mag keine Überraschung oder Abenteuer. Ja, fünf, fünf, muss fünf, zack. Ja.